Ein herziges Dankeschön an unseren Sascha Hildmann, der diesen Laden so hervorgebar gebracht hat. Danke, lieber Sascha! Und wenn mit Marc Lorenz die Kommunikation nicht klappen würde, würden wir hier nicht stehen. Marc Lorenz, danke dir! Und gestern ging es richtig rund zwei Tore von Sebastian Wufscher und Marc Lorenz. Ihr habt den Laden gestern gewonnen an der Hammerstraße. Danke an euch! Und wenn wir unseren Peter Niemeyer nicht hätten, der so kreativ ist, der Spaß hat, der begeistert. Peter Niemeyer, ein großer Held für uns Preußen. Danke, Peter Niemeyer! Und für unseren Präsidenten Dr. Wermann Marzlos und Frank Westermann, dem Aussichtsrat, dem Verwaltungsrat, allen ein herzliches Dankeschön. Wir sind Preußen! Wir halten zusammen auf eine tolle Liga in Berlin, auf Schalke und woanders in den großen deutschen Städten. Ich freue mich drauf, im Namen aller Münzeranerinnen und Münzeraner. Wir sind Preußen! Prüster! Preußen! Prüster! Preußen! Prüster! Dankeschön! Prüster! Prüster! Prüster!